Deine Mutter und ich, wir unterstützen dich, wenn du so einen Nachrichten kannst. Wir stehen hinter dir. Das kannst du mir wirklich glauben. Ja, aber eine Sache habe ich. Diese Sache mit dem Jutz Dunkel, da lässt du bitte die Finger davon. Das überlässt du den Anwalt mit seinem Detektiv. Ja? Ja.